Wir, die Firma Holstein Fahrzeugbau, fertigen auf zwei Standorte mit ca. 68 Leid. Spezialfahrzeuge für den flüssigen Abfallentzugang, Kanalreinigungsfahrzeuge, Tonreinigungsfahrzeuge, Kunstflächenreiniger. Unser Hauptmarkt ist eigentlich in Österreich und in die Schweiz. Da haben wir auch schon Fahrzeuge verkauft bis nach Australien raus. Und zum Beispiel auch ein Fahrzeug läuft unten in Abu Dhabi. Da rennigen sie die Formulanzstrecken mit unserem Fahrzeug. Da haben wir immer wieder die Sorgen, dass da die Wüstensonde reinbläst und dass dann die Formulanzauto da gescheit fahren können. Da wird dann mit unserem Fahrzeug die Fahrbahn mit Hochdruck gewaschen und auch gleich abgesaugt. Wir fertigen mit 68 Mitarbeitern auf zwei Standorten und haben sieben Lehrlinge. Und suchen auch immer wieder Lehrlinge für unsere Produktion. Das ist jetzt schon ein großer Vorteil von uns, dass die Lehrlinge, die nicht immer nur auf einem Arbeitsplatz sind, den ganzen Tag feilen müssen oder den ganzen Tag nur bohren. Sondern die haben da im Prinzip das komplette Spektrum. Wir haben das heißt, die lernen Schweißen, WIG, MIG, MAG. Wir haben Bohren, wir haben Schleifen. Bei uns lernen sie die Hydraulik, die Pneumatik, die Elektrik. Sie haben die verschiedensten Materialien zu tun. Wir führen unsere Lehrlinge, schauen, dass sie sich auch immer wieder weiterbilden können. Weil das sind ja im Prinzip dann auch unsere Führungskräfte von morgen, die uns sehr wichtig sind. Weil das eigentlich unser Hauptkapital ist eigentlich unser Hauptkapital. Ohne gute Leute, kann man das nicht machen. Audiojungle Gäupte Anhalts Gäupte Gäupte Gäupte